Willkommen zum Abschluss des Fußball-Wochenendes hier bei uns, Nintendon. Mit dir fange ich an. Ich weiß gar nicht, ob ich dich bei der Partie von den Glattbachern gegrüßt habe. Wenn ich es vergessen habe, tut es mir leid, dass es hier wird nachgeholt. Tut mir echt, echt leid. Außerdem, ich habe eine große Liste. Meine Güte, so viele haben mitgemacht. Es hat wieder Ewigkeiten gedauert, bis ich es auswerten konnte. Ich lasse die Formation mal so. Ne, Konzentration liegt auf euch. Also, ich grüße Wendem's Night, logischerweise. Fabian Koch hat am Tippspiel mitgemacht. Sebastian Fink, Forever FIFA, Sci-Fi TV, Yuri Plain, Leonard B., Tim Wiese, The Gamers, Jeremy Fries, Boris Haskowicz. Und ja, ich glaube, bis auf eine Person habe ich jetzt alle genannt. Und die eine Person, die ich nicht genannt habe, die wird sich jetzt wahrscheinlich schon freuen. Und ich glaube, diejenigen, die hier regelmäßig einschalten, die wissen es auch. Denn die kennen mittlerweile natürlich auch alle Stammzuschauer. Und es ist tatsächlich Marvin Tube. Herzlichen Glückwunsch. Oh, was für ein Traumtor. Das schenke ich dir. Dieses Traumtor widme ich Marvin. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Mit einem Punkt Vorsprung. Wirklich mit einem Punkt Vorsprung. Oh, noch eine Bude. Marvin, hier komm. Ein zweites Tor noch für dich. Ja, es war sehr, sehr spannend. Es gab fünf Spiele. Das bedeutet, pro Spiel kann man ja zwei Stimmen abgeben. Das heißt, zehn mögliche Punkte. Und von diesen zehn möglichen Punkten hatte Marvin vier. Also, da sieht man mal, da war eigentlich die Möglichkeit schon da, durch andere Tipper hier irgendwie noch ranzuziehen. Nicht mal 50 Prozent der Punkte eingesammelt hat Marvin. Aber trotzdem hat es gereicht. Viele dahinter gerade mal mit drei Punkten. Aber okay, manchmal läuft es so. Wir hatten ja auch schon Wochenenden. Da war bis auf eine Stimme alles richtig. Diesmal andersherum. Ist ja egal. Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Und nutzt die Chance jetzt hier auch wieder euer Kommentar hier zu hinterlassen. Ein F davor für das FIFA-Match. Ein R davor für die reale Partie. Für das Ergebnis. Natürlich werden einige wieder sagen, sie kennen die Schweiz jetzt nicht so genau. Aber es macht ja trotzdem Spaß, einfach mal zu raten. Und Spaß macht es auf jeden Fall auch mit Mike an meiner Seite. Ja, moin liebe Leute und herzlich willkommen in der Schweiz. Ja, wir hatten ja letzte Woche schon gezockt. Da ging ich gnadenlos unter. Und das möchte ich heute gerne verhindern. Also, ich bin auch guter Dinge, dass ich das Wochenende hier mal vielleicht mal mit etwas Positiven auswerten kann. Falls ihr euch fragt, hat Mike mal dieses Wochenende gewonnen? Guckt euch die drei Spiele an. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, genau. Drei Spiele. Gutes Stichwort. Gladbach gegen Leverkusen. Frankfurt gegen Dortmund. Und die Premier League, die gab es auch. Der neue Meister empfing Everton. Und so viel sei verraten. Das war eine richtig geile Partie. Also, das war hammerheftig. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Kartenfestival. Und ja, von den Touren her. Lasst euch mal überraschen. Ich will nicht zu viel verraten. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. Also, das habe ich lange nicht erlebt. Also, Hashtag, das habe ich lange nicht erlebt. Oh, shit. Der Meister hier in der Schweiz. Geht in Führung. Wuhu. Ich habe es euch gesagt. Basel geht in Führung. Ja, Mike, wir führen ja. Oh, Mann, oh, Mann. Und rein in das Netz. Früh zugeschlagen. Elf Minuten. Mike liegt vorne. Ich habe gute Laune. Schon die ganze Woche. Das ganze Wochenende. Verzieht dich, Tom. Ja, pass mal auf. Das kriegst du jetzt wieder. Ein Traumtor. Pass mal auf, du vorgehe. Traumtor. Ja, ich sehe es. Ich lerne aber nichts, Tom. Jetzt. Bam. Ja. Und was? Was pfeift der da ab? Der wäre bestimmt drin gelandet. Ja, ich bin in dich reingelaufen. Ja, na und wenn ich ein Tor erziele? Ich kann das weiterlaufen lassen. Komm. Sehr schön. Und jetzt Zürich. Glanzparade von dem Keeper, deren Name ich nicht kenne. Weiter, weiter, weiter. Gute Ecke. Na, ein bisschen zu hoch. Oder einfach nur schlechtes Stellungsspiel. Das war alles sauber. Schiedsrichter fölft auch nicht ab. Du wirst doch nicht mehr ganz sauber. Kann das sein? Schiedsrichter fölft auch nicht ab. Doch. Meine Fresse. Zürich, schieß ein Tor. Schieß ein Tor, schieß ein Tor, schieß ein Tor. Es geht los. Jetzt hier, Konterangriff. Bam, da oben. Bam, da oben. Bam, da oben. Bam, da oben. Oh. Wer im Weg steht, wird ausgeschaltet. Ja, das sehe ich. Oh, das. Nein, ein zu viel. Scheiße. Ja, lach nicht zu früh. Oh, schön gemacht. Weiter geht es. Der Ball läuft gut bei Zürich. Wir kommen jetzt richtig in Fahrt. Den Kred... Oh, den Kred schon rein, wollte ich sagen. Ja, was war das denn, mein lieber Herr Kiefer? Was war das? Weiter, 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 weiter. Oh, pff. So ein weicher hier. Kabal. Das seht die gelbe. Bisschen körperbetontes Spiel ist doch erlaubt. Hm, körperbetont. Alles klar. Da müssten wir natürlich aufpassen. Ja, wir passen auf. Oh, Mann, Tom, was soll das? Ja, der Ball war schon weg. War doch gespielt. Ja, ganz toll. Toll, ey. Versorg mal wieder alles. Nein. Nein, 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 nein. Na, uh. Oh, Ecke, Ecke. Aufpassen. Hinnahmen, ich möchte genau da hinhaben will ich hin. Und zwar... Ah, scheiße. Ich wusste, der lange da, der macht die vielleicht. Ist das übrigens Marco Streller? Verkannt aus Stuttgarter Zeiten. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Weiß ich nicht. Was? Wer die Schweizer Liga kennt, ja, Grüße an Tobi an dieser Stelle natürlich. Oh, ja. Genau, Tobi. Auch Gruß von mir. Wer die Schweizer Liga kennt, der sagt das mal, wer hier... Wer ist... Ja, Mike, äh... Mike, wir beide haben gar nicht abgegeben den Tipp, ne? Kann das sein? Äh, 1-2, das ändert mich schnell. Ich sage... Diesmal lege ich richtig. Zumindest die Tore-Differenz. Ich sage 2-2. Ich sage mal ein Unentschieden hier. Okay. Heiße, ey. Also ich will natürlich gewinnen, aber ich glaube, es wird nur zu einem Unentschieden reichen. 2-2 könnte ich mir gut vorstellen. Also der Stürmer heißt Janko oder Janko oder sowas eh nicht. Janko. Aber... Aber ich anstellt. Jedenfalls... Ähm... Streller hat man, glaube ich, für Basel gespielt. Bin ich mir ziemlich sicher. Out! Wir wollen uns ja... No! Nee! Äh... Okay, lass gut sein. Schrenger. Schrenger. Ja, alles klar. Gut, dann Ecke. Und zwar genau dahin will ich sie haben. Oh! Ach, scheiße! Seitverzehr wollte ich mal probieren, aber... Hat nicht ganz geklappt. Das war nicht schlecht. Ja. Der... Abseits. Er guckt ein bisschen mal auf den Boden. Ganz verwirrt. Ganz traurig. Ganz traurig. Oh, absurd. Oh, ich sag so. Oh. Oh. Lalalala. Lalalala. Ja! Lalalala. Von Zürich muss wieder ein bisschen mehr kommen. Und jetzt hier. Endlich mal wieder eine offensive Aktion. Schöne Flanke. Oh, jetzt. Oh, fuck. Das war ja... Ja! Nein! Ja! Nein. Nein. Ich hab nicht gesagt. Komm! Bamm! Ausgleich! Verdammt, ey! Der Gastgeber mit dem 1 zu 1 in der Nachspielzeit vom ersten Durchgang. Es geht doch. Es geht doch. Da hatten wir auch ein bisschen Glück. Aber vor allem ein platzierter Abschluss hat uns jetzt hier den Ausgleich beschert. Ja, schön aggressiv wieder rauf da. Das gefällt mir so. Richtig! Jo! Ja! Die Chance! Oh! Nein! Nein! Das wär's jetzt natürlich gewesen. Gleich nochmal! Oh! Okay, 1 zu 1 zur Pause. Ich bin mal auf die Werte gespannt. Ist das gerecht? Oh, ich auch. Er hat schon mehr Chancen. 7 zu 4. 4, 2 in Schüsse. Ich aber immerhin mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe. Fouls ausgeglichen. Ich hatte bisher nur eine gelbe Karte kassiert. 1 zu 0. Du warst einmal am Abseits. Ecken. 3 zu 2. Schussgenauigkeit bin ich ganz schwach. Du mit 57%. Okay, mittelmäßig, Passgenauigkeit, bist du leicht besser. Ja, also, hier ist nach wie vor alles offen durch den Ausgleich. Mhm. Genau. So sieht's aus. Dann machen wir uns mal auf einen spannenden zweiten Durchgang gefasst. Oh ja. Das heißt... Oh ja. Oh ja. Todesgrätschen. Ja, nein. Oh doch. Da kommen sie. Da kommen sie. Da kommen sie. Ah, scheiße. Ich wollte oben lang. An meinen Grätschen. Ah. Da kann keiner mehr abhauen. Ja, super. Komm, komm, komm. Schnee. Oh, das wird es. Das wird es. Ja, stimmt. Das wird der Flanke. Aber mehr auch nicht. Aber jetzt kommt noch was. Torwart. Torwart. Okay. Keiner ist mehr im Abseits. Kann nicht spielen. Kann nicht normal spielen. Auf. Ganz stark. Weiter. Komm, rande, 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 komm, komm. Erbreit. Ja, den haben wir gefällt. Und den auch noch. Oh. Ah, nein. Torwart. Torwart. Ich dachte, das wäre Abseits gewesen, weil oben rechts hinten eine Leuchte kam. Ein Signal kam da. Ja, ich hätte mich einmal umgehauen. Ganz stark. Ganz stark. Aber ich glaube, es gibt den nächsten gelben Karton, oder? Ja. Ja, aber für dich. Ist mir egal. Ist mir egal. Wir führen. Der ist ja auch so in der Rote, aber noch mal egal. Ja. Selbst. Naja, ich sage nicht, wie viele rote Karten. Guckt mal selber nach. Oh, jetzt, hier. Gelb bekommen und ein Tor gemacht. Nein. Oh, komm. Aber ab. Bam. Ja, ganz stark. Ja, ich lasse mir jetzt so leicht den Ball ablupfen. Also, Zürich gefällt mir hier. Ne? Die halten gut gegen. Die halten gut gegen. Und die hauen auch mal wirklich schön dazwischen. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Abseits. Spaß. Oh Mann, dieses Abseits geht mir auch in den Piss hier. Ganz ernsthaft, ey. Weiter, weiter, weiter. Ah, sup. Meine Güte. Und jetzt natürlich selb. Ja, das war der Abseits. Geht schon wieder los hier. Also, ich glaube, ein Unentschieden können wir uns hier wirklich erarbeiten. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben Basel eigentlich ganz gut im Griff. Oh, jetzt muss es aber auch da eine Karte geben, ne? Ja, ist ja okay. Eine gelbe ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, sehe ich ein. Vielleicht war ich ein bisschen zu brutal. Hier gibt es auch drei gelbe Karten. Wurden verteilt. Und jetzt vielleicht auch das dritte Tor. Oh, das darf natürlich nicht passieren. Das war jetzt ein bisschen zu leicht. Ah, dumme Aktion. Ich dachte... ...verfolgt und ich musste eine Entscheidung treffen. Ja, ich dachte, er geht noch rein. Weiter, 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 weiter. Jo. Komm, 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 komm. Komm, komm. Tschö. Oh. Der Janko, der macht dir verdammt viel. Ja, so. Weg mit dir. Bye, bye. Ja, das muss man dann natürlich auch mal hinnehmen. So eine rote Karte. Okay, gut. Das passiert. Bye, bye. Das passiert. Er hat es wieder geschafft. Unser Tom hat es wieder geschafft. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Nee, eigentlich gelb-rot, ne? Eigentlich. Wenn man es mal so nimmt. Ist nicht schlimm. Was mache ich? Dadurch können wir das Unentschieden auf jeden Fall sichern. Genau. Seht ihr das hier, hä? Alles nur durch die rote Karte möglich. Komm. Ja, sauber. So muss das, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hätte quer spielen sollen, ich blöde, Mann. Das war jetzt aber sehr viel Glück. Und Zürich auf der anderen Seite vielleicht jetzt. Gefährlicher. Oder... Plus Viertelstunde, Leute. Es wird nochmal brenzlig. Bam. Oh. Gott sei Dank haben wir unseren Keeper. Wie heißt der? Hatzlik oder Katzlik? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zürich trifft. Ja! Ja! Nein, nein. Deswegen sammle ich die roten Karten. So. Nach roten Karten treffe ich einfach jedes Mal. Bam. Was für eine gute Ecke. Weißer. Nein. Perfekt. Lager doch vorne. Ja, Zürich. Die sind jetzt hochmotiviert. Rote Karte. Oh. Jetzt ist das Ball ja los. Hop, 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 hop. Ja, vielleicht sollten wir noch einen roten Kasten hier sammeln. Für das 3 zu 1. Ja, der ist schon Geld verwandt. Das ist also ein Kandidat, den man opfern könnte. Du musst dich für das Team opfern. Ah, mach doch dann immer. Oh. Nein. Ecke. Immerhin. Danko. Oh. Nein. Das war gefährlich. Das war sehr gefährlich. Verdammt. Oh, der kommt sehr schön. Ja, ein bisschen länger hätte der sein müssen. Danke, von hinten, die Beine. Warte. Das gibt nur Geld, glaube ich. Oder? Das war ja jetzt nicht so gefährlich. Äh, nein. Okay, da schieß ich, da sieht das anders. Ja, ich habe schon wieder einen Spitzenwert hier. Zwei rote Karten. Aber egal. Dadurch gewinnen wir auch. Das wissen wir. Äh. Jo. Komm. Ah, schade. Ich dachte, den spielst du direkt. Ganz stark. Ja, genau. Oh, der ist noch. Der ist noch heiß. Da steht natürlich keiner. Ja. Nimm doch den Ball, du Idiot. Die letzte Minute in doppelte Unterzahl. Aber dafür auch Führung. Ja, aber die Überzahl erst, nachdem du überhaupt in Führung gegangen bist, Tom. Ja. Ne? Nicht, dass du jetzt schon irgendwie, ich weiß auch nicht, seit der 60. oder sowas in Führung gehst. Der scheiß Beile her. Der scheiß Beile her. Erst nach den roten Karten. Ja, was für ein guter Block. Keeper, komm mit raus. Ich will jetzt noch das 2-2 hier. Los. Erst nach den roten Karten haben wir wieder einen Gang hochgeschaltet. Und sind in Führung gegangen. Der Keeper ist vorne. Der Keeper ist vorne. Oh, der ist natürlich scheiße getreten. Ne, ne, ne. Der ist scheiße getreten. Weit, weit. Ja. Abseits. Scheiße, nein. 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 Ja, sehr gut. Was ist man? Ey, Alter. Jetzt ist aber langsam mal gut hier. Dieser Schauspieler. Was hast du denn hier alles? Dieser Schauspieler. Ja, Schauspieler. Alles klar. Mann. Ja. Ich gewinne mit Zürich sogar. Hätte ich mal auf ein 2-2-1 getippt. Diesmal dachte ich tatsächlich, dass es nur für einen Unentschieden reicht. Scheiße, nein. Tatsache, gewonnen. Die roten Karten haben uns das entscheidende Tor beschert. Unglaublich, Leute. Von den Werten. Guck mal hier. 16 Schüsse. 16. 16 zu 9. Schüsse aufs Tor. 10 zu 5. Mike hat doppelt so viele Möglichkeiten gehabt. Mehr bei Besitz. Oh, Zweikämpfe. 22 bei mir. Paul hatte ich 6. Gelbe Karten 2 zu 1. Roter Karten 2 zu 0. Abseits warst du 4 mal. Ecken 5 zu 4. Wow. 9 Ecken. Boah, ist natürlich echt heftig. Schussgenauigkeit bis zur Bessert. Passgenauigkeit ebenfalls. Aber ich gewinne ganz knapp. Tolle Sache. Ich hoffe. Ihr hattet wieder richtig viel Spaß an diesem Wochenende. Man muss dazu sagen, Tom, ich muss eindeutig mehr mit meinen Torschützen machen. Ich muss mehr versenken. Da muss ich noch dran arbeiten. Ich denke mal, Leute, ihr wisst das auch. Ich muss da mal ein bisschen überlegen, wie ich das in Zukunft mache. Und ich denke mal, ich bin optimistisch genug, dass das was wird. Ja, das denke ich mal auch. Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr am nächsten Wochenende sehen wollt. Da ist unter anderem der letzte Bundesligaspieltag. Also, schön fleißig posten. Und dann sehen wir uns spätestens am kommenden Wochenende wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.